Auf dem hydraulischen Heber liegt eine schwere Kiste. Mit den gelben Ablenfolien sind die Ventile des Hebers verdeckt. Bevor ich die Funktionsweise des hydraulischen Hebers beschreibe, beginne ich mit ein paar Fragen. Was für ein Hebel wird verwendet und welche Funktion hat er? Der Hebel wird von Position 1 nach 3 bewegt. Beschreibe, welche Ventile geöffnet oder geschlossen sind. Beschreibe den Ventilzustand, wenn der Hebel nach oben, also von Position 3, nach 1 gezogen wird. Was geschieht, wenn Ventil 1 oder Ventil 2 weggelassen wird? Wozu wird Ventil 3 gebraucht? Für eigene Überlegungen stoppt das Video jetzt. Der Hebel wird gebraucht, um die Kraft auf den Pumpenkolben zu erhöhen. Da die Pumpenkolbenkraft und die Muskelkraft rechts vom Drehpunkt des Hebels angreifen, handelt es sich um einen einseitigen Hebel. Das Ventil V3 ist geschlossen. Bei der Abwärtsbewegung des Hebels steigt der Druck. Mit der Druckzunahme schließt das Ventil V1 und öffnet Ventil V2, sodass das Öl in den Hubzylinder gedrückt wird. Da das Öl sich aber nicht zusammenpressen lässt, hebt sich der Hubkolben. Wird nun der Hebel nach oben gezogen, ist der Druck des Hubkolbens bedingt durch die Gewichtskraft der Kiste größer als der des Pumpenkolbens. V2 schließt und verhindert, dass der Hubkolben sich wieder abwärts bewegt. Durch die Aufwärtsbewegung vergrößert sich das Volumen unter dem Pumpenkolben. Infolge des Unterdrucks öffnet Ventil V1 und Öl fließt aus dem Vorratsbehälter in den Pumpenzylinder. Diese Ölmenge wird dann mit der Abwärtsbewegung des Pumpenkolbens bei geschlossenem Ventil V1 in den Hubzylinder gepresst, um dessen Kolben weiter anzuheben. Ohne das Ventil V1 würde bei der Abwärtsbewegung des Pumpenkolbens das unter dem Kolben befindliche Öl zurück in den Vorratsbehälter gedrückt. V1 sorgt also dafür, dass einerseits Öl aus dem Vorratsbehälter in den Pumpenzylinder fließen kann und andererseits dieses Öl bei geschlossenem Ventil V1 zum Heben des Hubkolbens genutzt wird. Zum Absenken des Hubkolbens wird das Ventil V3 geöffnet, sodass die unter den Hubkolben gepumpte Ölmenge bei geschlossenem Ventil V2 zurück in den Vorratsbehälter fließen kann. Bevor ich euch die nächste Folie zeige, blende ich eine Tabelle und eine Formel ein, die in diesem Zusammenhang wichtig sind und ergänze noch drei Sätze. Die Kraft hat das Formelzeichen F und die Einheit Newton. Der Druck hat das Formelzeichen P und die Einheit Newton pro Quadratmeter. Die Fläche hat das Formelzeichen A und die Einheit Quadratmeter. Der Druck ist definiert als Kraft dividiert durch die gedruckte Fläche, P gleich F durch A, wobei die Kraft senkrecht auf der Fläche steht. Ich ergänze noch diese drei Sätze. Die Moleküle von einer Flüssigkeit sind leicht verschiebbar. Flüssigkeiten sind inkompressibel, also lassen sich so gut wie nicht zusammendrücken. Der Druck des Pumpkolbens wird mit dem Öl auf den Hubkolben übertragen. Und zwar ist dann der Druck konstant. Ich beschließe mein Video mit zwei Aufgaben. Erste Aufgabe. Welche Muskelkraft ist erforderlich, um eine Masse von 120 kg mit dem hydraulischen Heber zu heben? Die Hebelarme sind 3 cm und 30 cm. Wenn ihr mögt, stoppt das Video für eigene Lösung. Zur Lösung der ersten Aufgabe werden drei Schritte benötigt. Im ersten Schritt wird berechnet, welcher Druck dieser Kolben auf die Flüssigkeit ausübt. Wir erinnern uns, P ist F durch A, also Kraft durch die gedrückte Fläche. P2 ist F2 durch A2. F2 ist die Gewichtskraft, das ist M mal G. Und A2, die Grundfläche des Kolbens, ist eine Kreisfläche. Und die berechnet man mit Pi A². Also wir haben M mal G durch Pi mal R2². Für M setzen wir 120 kg ein. Für G die Erdbeschleunigung mit 9,81 m pro Sekunde Quadrat. Und für R2, da haben wir hier den Durchmesser, der Radius des 1,07 cm und den wandeln wir in Meter um. Das ist die Grundfläche des Kolbens. Wir halten 3,27 Millionen Newton pro Quadratmeter. Das sind 327,29 Newton pro Quadratzentimeter. Der Druck, der hier von diesem Kolben erzeugt wird, überträgt sich über das Öl auf diesen Kolben. Das heißt, P2 ist gleich P1. P1 ist F1 durch A1. Wir stellen nach F1 um, indem wir mit A1 multiplizieren. F1 gleich P1 mal A1. Setzen für P1 den berechneten Wert ein und für A1 wieder Pi mal R1². Und da müssen wir die Hälfte von 1,07 verwenden und das wieder in Metern umwandeln. Ich habe hier hinten die Grundfläche dieses Pumpkolbens. Wir halten 294,3 Newton. Jetzt muss ich noch diesen einerseitigen Hebel untersuchen. Dazu schauen wir uns mal das Bild an. Hier haben wir ja den Drehpunkt von dem Hebel. Hier hinten ist Fb, also die Muskelkraft, die wir aufwenden müssen. Der Hebelarm ist 30 cm. Diese Kraft, die ja hier von dieser Masse von 120 kg über das Öl auf diesen Kolben wirkt, ist F1. Diese Kraft Fb versucht den Hebel nach rechts zu drehen, die Kraft F1 nach links. Wenn beide Drehmomente gleich sind, ist der Hebel im Gleichgewicht. Also Fb mal dem Hebelarm ist gleich F1 mal dem Hebelarm. Das ist die Gleichgewichtsbedingung. Wir stellen nach Fb um, indem wir durch B teilen und erhalten Fb gleich F1 mal A durch B. Und das ergibt 29,43 Newton. Die Muskelkraft, die wir hier aufwenden müssen, um ein Gleichgewicht zu erzeugen, ist nur noch 30 Newton etwa im Verhältnis zu hier etwa 1200 Newton. Wir haben also eine erhebliche Kraftersparnis. Damit stellt sich auch gleich die zweite Frage. Um wie viel Zentimeter wird der Hubkolben gehoben, wenn der Pumpkolben um 15 cm nach unten gedrückt wird? Wir berechnen zunächst die Ölmenge, die durch den Pumpkolben verschoben wird. V ist ja Pi d² viertel, also die Grundfläche dieses Pumpkolbens, multipliziert mit diesen 15 cm. Also Grundfläche mal H1 ist das Ölvolumen, was verschoben wird. Wir haben Pi mal d1² viertel mal H1. Wir setzen für d1 1,07 ein und für A1 15. Dann erhalten wir 13,49 cm³. Das ist die vom Pumpkolben verschobene Ölmenge. Weil sich die Ölmenge nicht zusammendrücken lässt, ist V1 gleich V2. V2 ist Grundfläche des Kolbens, multipliziert mit H2 ist V1. Das ist die vom Kolben verschobene Ölmenge. Wir stellen nach H2 um, indem wir durch Pi mal R2² dividieren. Dann setzen wir die bekannten Werte in die Formel ein und erhalten 3,75 cm. Wenn der Pumpenkolben um 15 cm nach unten gedrückt wird, bewegt sich der Hubkolben um 3,75 cm nach oben. Danke fürs Zuschauen!